Nachdenkseiten Die kritische Website Aufstand bei ARD und ZDF Mitarbeiter veröffentlichen kritisches Manifest Ein Artikel von Tobias Riegel Mitarbeiter von ARD, ZDF und Deutschlandradio haben ein sogenanntes Manifest veröffentlicht, das in teils deutlichen Worten mehr inhaltliche Vielfalt fordert und die Diffamierung von Andersdenkenden ablehnt. Einige anonyme Äußerungen belegen zudem ein internes Klima der Angst beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das Prinzip des ÖRR ist wichtig, die Praxis der Berichterstattung ist aber inakzeptabel. Die Initiative der kritischen Mitarbeiter ist darum ein wichtiger Anfang. Vielen Dank dafür! Die Verfasser des Manifestes loben zwar das Prinzip eines beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks, kurz ÖRR, als wesentliche Säule unserer Demokratie und Kultur. Voran jedoch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sein Publikum ernst nimmt, der Debatten zulässt und ein breites Meinungsspektrum abbildet, ohne zu diffamieren. In deutlichen Worten werden auf der Website auch Stellungnahmen von teils anonymen Mitarbeitern zitiert, zum Beispiel Der Faktenfinder der Tagesschau ist für mich ein guter Indikator dafür, welches Narrativ gerade wieder hochgehalten werden muss. Oder Das ist kein Journalismus mehr, der als vierte Gewalt im Staat bezeichnet werden kann, sondern einer, der mit der Regierung eher gemeinsame Sachen macht, wie mir scheint. Oder Das Manifest befindet sich im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Es wird auch am Ende dieses Beitrages im Wortlaut wiedergegeben. Unter dem Text finden sich die Namen der Erstunterzeichner, darunter etwa Gerd Antes, Patrick Barb, Bastian Baruka, Lisa Fitz, Ulrike Geroux, Gabriele Gysi und viele mehr. Dazu kommen nach Angaben der Initiatoren 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunkes, deren Unterschriften bei Rechtsanwalt Dr. Harald von Herget hinterlegt seien. Angst vor Repressalien Wegen der so gewahrten Anonymität der Mitarbeiter wirft der Deutsche Journalistenverband DJV der Initiative Mangelnde Transparenz vor, wie Medien berichten. Gegenüber Tichis Einblick erzählte ein Initiator des Textes, dass manche Kollegen ihren Namen noch nicht einmal dem Notar sagen wollten. So groß sei beeinigten Beteiligten die Angst vor Repressalien, falls ihre Unterstützung des Aufrufes doch bekannt werden sollte. Im Impressum der Initiative steht der Name Oles Gambrax, ein ehemaliger ARD-Mitarbeiter, der 2021 bei Multipolar einen im Schrifttext verlinkten offenen Brief veröffentlicht hatte. Über inhaltliche Details des Manifestes und über mögliche Konsequenzen aus den Beschreibungen der Mitarbeiter kann nun trefflich gestritten werden. Auch über die Vorschläge bezüglich der nun einzuschlagenen konkreten Vorgehensweisen. Die Initiative erklärt zum praktischen Vorgehen unter anderem, dass in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Fernsehen, kurz DAAF, das Ziel verfolgt würde, dass alle relevanten Initiativen, die sich für Veränderungen im ÖRR einsetzen, in einem Medienkonvent zusammenkommen. Näheres zu diesem Konvent finden Sie im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Gezögert habe ich etwa bei diesem Satz. Der Prozess sieht auch einen losebasierten Bürgerrat vor. Aber auch wenn es in der noch folgenden detaillierten Analyse des Manifestes und der Äußerungen der Mitarbeiter sowie in davon abgeleiteten Forderungen bezüglich konkreter Reformen beim ÖRR noch zu inhaltlichen Differenzen kommen sollte, Ich finde die Initiative Meinungsvielfalt jetzt wichtig und mutig. Die Beteiligten verdienen Wertschätzung und Unterstützung. Es folgt der Wortlaut des Manifestes. Am Ende des Textes finden sich die Namen der Erstunterzeichner. Wir, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ARD, ZDF und Deutschlandradio sowie alle weiteren Unterzeichnenden schätzen einen starken, unabhängigen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland als wesentliche Säule unserer Demokratie, der gesellschaftlichen Kommunikation und der Kultur. Wir sind von seinen im Medienstaatsvertrag festgelegten Grundsätzen und dem Programmauftrag überzeugt. Beides sehen wir in Gefahr. Das Vertrauen der Menschen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nimmt immer stärker ab. Zweifel an der Ausgewogenheit des Programmes wachsen. Die zunehmende Diskrepanz zwischen Programmauftrag und Umsetzung nehmen wir seit vielen Jahren wahr. Wir haben dieses Manifest verfasst, damit unsere Stimme und Expertise zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunkes im gesellschaftlichen Diskurs gehört werden. Für eine bessere Lesbarkeit verwenden wir überwiegend das generische Maskulinum. Wir sprechen explizit alle an. Unsere Grundsätze Meinungs- und Informationsvielfalt Ausgewogenheit und Fairness Transparenz und Unabhängigkeit Förderung von Kultur und Bildung Bürgerbeteiligung Beitragsfinanziert Seit geraumer Zeit verzeichnen wir eine Eingrenzung des Debattenraumes anstelle einer Erweiterung der Perspektive. Wir vermissen den Fokus auf unsere Kernaufgabe, Bürgern multiperspektivische Informationen anzubieten. Stattdessen verschwimmen Meinungsmache und Berichterstattung zusehends auf eine Art und Weise, die den Prinzipien eines seriösen Journalismus widerspricht. Nur sehr selten finden relevante inhaltliche Auseinandersetzungen mit konträren Meinungen statt. Stimmen, die einen medial behaupteten gesellschaftlichen Konsens hinterfragen, werden wahlweise ignoriert, lächerlich gemacht oder gar ausgegrenzt. Inflationär bedient man sich zu diesem Zwecke verschiedener Kampfbegriffe wie Querdenker, Schwurbler, Klimaleugner, Putin-Versteher, Gesinnungspazifist und andere, mit denen versucht wird, Minderheiten mit abweichender Meinung zu diffamieren und mundtot zu machen. Das sorgfältige Überprüfen zweifelhafter Meldungen ist wichtig. Allerdings suggerieren sogenannte Faktenchecks oft durch ihre Machart, Überschrift und Formulierungen eine vermeintlich absolute Wahrheit, die selten existiert. Der freie gesellschaftliche Diskurs wird dadurch schmerzhaft beschnitten. Innere und äußere Bedingungen führen dazu, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunkes ihren journalistisch-ethischen Standards nicht mehr genügen können. Dazu zählen innerbetriebliche Praktiken, wie die schon vor Dreh- bzw. Reportage-Begin feststehende Kernaussage von Beiträgen. Die Zentralisierung der Berichterstattung über sogenannte Newsrooms oder Newsdesks, zu großer Zeitdruck bei der Recherche, eine überwiegend an Einschaltquoten orientierte Programmgestaltung, Sparmaßnahmen der Sender am Programm und nicht zuletzt die Tatsache, dass zwei Drittel des redaktionellen Personals nur Zeitverträge haben oder gar komplett ohne Anstellungsverhältnis als sogenannte Freie arbeiten müssen. Letzteres führt zu Existenzängsten, die wiederum entsprechend angepassten Journalismus begünstigen. Aufgrund der hohen personellen Fluktuation bleibt zudem oft keine Zeit für fachlichen Wissenstransfer. Innere Pressefreiheit existiert derzeit nicht in den Redaktionen. Die Redakteure in den öffentlich-rechtlichen Medien sind zwar formal unabhängig, meist gibt es auch Redaktionsausschüsse, die über journalistische Unabhängigkeit wachen sollten. In der Praxis aber orientieren sich die öffentlich-rechtlichen Medien am Meinungsspektrum der politisch-parlamentarischen Mehrheit. Anderslautende Stimmen aus der Zivilgesellschaft schaffen es nur selten in den Debattenraum. Dazu erschwert äußere Einflussnahme durch Politik, Wirtschaft und Lobbygruppen einen unabhängigen Qualitätsjournalismus. Interessenverflechtungen von Politik und Wirtschaft werden zu selten in tagesaktuellen Beiträgen aufgezeigt und erörtert. Alltägliche Recherche bleiben im Kern oft oberflächlich. Bei der Programmgestaltung dürfen Faktoren wie Einschaltquoten, die derzeit als allgegenwärtiges Argument für die dramatische Ausdünnung und populistische Ausrichtung der Kultur- und Bildungsangebote sorgen, keine Rolle spielen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss auch vermeintliche Nischenbereiche abbilden und zu vermitteln versuchen, was seinem Bildungsauftrag entspräche, jedoch immer weniger stattfindet. Zudem darf sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht die strikt und gleichförmig durchformatierten Programme privater Sender zum schlechten Vorbild nehmen, wie dies aktuell weitestgehend der Fall ist. Dies gilt auch und vor allem in musikalischer Hinsicht für die ARD-Radio-Programme. An der Auswahl der Mitglieder der Rundfunk-, Fernseh- und Verwaltungsräte, der höchsten Kontrollgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten sind die Beitragszahler nicht direkt beteiligt. Die Verwaltungsräte kontrollieren die Geschäftsführung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Doch wer kontrolliert die Verwaltungsräte? Das heißt, es gibt keine Partizipation der Beitragszahler bei medienpolitischen, finanziellen und personellen Entscheidungen. Auch die Programme werden größtenteils ohne Publikumsbeteiligung erstellt. Die meisten Programmbeschwerden von Beitragszahlern finden kaum Gehör und haben entsprechend wenig Einfluss auf die Berichterstattung und generelle Programmgestaltung. Sowohl das Publikum als auch die Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks werden in der Regel nicht über die Reaktionen und Beschwerden zum Programm informiert. Nur ein Teil der Inhalte der öffentlich-rechtlichen Medien ist im Internet abrufbar und meist nur für eine begrenzte Dauer. Diese Praxis widerspricht der Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunkes und dem Gedanken eines universellen Wissenszuwachses im Internet. Der neue öffentlich-rechtliche Rundfunk von morgen Das Prinzip der Rundfunkbeitragszahlungen wird beibehalten. Es sichert die Unabhängigkeit des neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunkes, das heißt, öffentlich-rechtliche Anstalten werden von der Bevölkerung finanziert, aber auch kontrolliert. Finanzflüsse sind transparent und öffentlich einsehbar. Dies gilt insbesondere für die Budgetverteilung zwischen einzelnen Ressorts, Redaktionen und der Verwaltung. Die Bezahlung aller Mitarbeiter einschließlich Führungsposten bis hin zur Intendanz ist transparent und einheitlich nach einem für alle geltenden Tarifvertrag geregelt. Die Berichte der Landesrechnungshöfe sind auf den Plattformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks leicht auffindbar. Der neue öffentlich-rechtliche Rundfunk verzichtet auf Werbeeinnahmen aller Art, sodass Werbeverträge nicht zu Befangenheit in der Berichterstattung führen können. Den Beitragszahlern gehört der neue öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ihre mehrheitliche Einbindung in den Kontrollgremien ist daher selbstverständlich. Diese Arbeit wird angemessen honoriert. Sie schließt die Wahrnehmung eines weiteren Amtes, welches Interessenkonflikte birgt, aus. Die repräsentative Zusammensetzung der Kontrollgremien könnte beispielsweise nach dem Vorbild der Besetzung von Bürgerräten erfolgen. Direkte Wahl, Rotationsprinzip oder Losverfahren sind Möglichkeiten, um die Gesellschaft repräsentativ abzubilden. Der neue öffentlich-rechtliche Rundfunk fungiert als vierte Säule der Demokratie. Im Auftrag der Bevölkerung übernimmt er wichtige Kontrollaufgaben gegenüber den Gewalten Exekutive, Legislative und Judikative. Damit er diesen Auftrag erfüllen kann, ist seine Unabhängigkeit von Staat, Wirtschaft und Lobbygruppen garantiert. Drehtüreffekte zwischen Politik und dem neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind dank mehrjähriger Sperrfristen ausgeschlossen. Professionelle Distanz ist jederzeit gewährleistet. Jegliche Art von Interessenskonflikt wird angegeben, wie es auch in wissenschaftlichen Arbeiten üblich ist. Das Führungspersonal ist verpflichtet, jährlich einen öffentlichen Transparenzbericht vorzulegen. Führungspositionen müssen öffentlich ausgeschrieben sowie nach einem transparenten Auswahlverfahren besetzt werden und sind zeitlich limitiert. Eine Vertragsverlängerung ist nur nach Abstimmung durch die direkt unterstellten Mitarbeiter möglich. Der neue öffentlich-rechtliche Rundfunk kontrolliert die Politik und nicht umgekehrt. Die Politik hat keinen Einfluss auf Inhalte. Es wird neutral, multiperspektivisch und zensurfrei im Rahmen des Grundgesetzes berichtet. Dazu gehört die Verpflichtung, vermeintliche Wahrheiten immer wieder zu überprüfen. Für die Berichterstattung bedeutet dies ergebnisoffene und unvoreingenommene Recherche sowie die Präsentation unterschiedlicher Sichtweisen und möglicher Interpretationen. Das Publikum hat einen Anspruch darauf, sich mit einem Sachverhalt auseinandersetzen und selbstständig eine Meinung bilden zu können, anstatt eine eingeordnete Sicht präsentiert zu bekommen. Meldungen von Nachrichtenagenturen werden soweit möglich nicht ungeprüft übernommen. Der neue öffentlich-rechtliche Rundfunk nimmt seine Verantwortung wahr, Ereignisse jenseits von Agenturmeldungen zu recherchieren und darüber zu berichten. Fairness und respektvoller Umgang im Miteinander stehen im Fokus unseres Handelns, sowohl innerhalb der Funkhäuser als auch mit unserem Publikum. Die Journalisten des neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunkes benutzen kein Framing und verwenden keine abwertenden Formulierungen. Petitionen und Programmbeschwerden seitens der Gebührenzahler werden vom neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ernst genommen. Eine Ombudsstelle entscheidet über deren Einordnung, Umsetzung und Veröffentlichung. Inhaltliche Korrekturen der Berichterstattung werden an derselben Stelle kommuniziert wie eine fehlerhafte Nachricht im Programm. Zur Darstellung der politischen und gesellschaftlichen Vielfalt gehört Lokaljournalismus als wesentliches Fundament des neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunkes. Auch Themen aus dünn besiedelten Regionen, die vermeintlich nur von lokaler Relevanz sind oder Minderheiten betreffen, müssen sich im Programm spiegeln. Die Entscheidung, auch aus Gegenden fernab von Ballungsgebieten oder Metropolen zu berichten, muss von journalistischem Anspruch geleitet sein und darf sich nicht dem Kostendruck beugen. Der neue öffentlich-rechtliche Rundfunk kommt seinem Auftrag in gleichem Maße auch in Sachen Bildung und Kultur nach. Bildung und Kultur haben substanziellen Anteil am Programmangebot und werden angemessen budgetiert und personell ausgestattet. Kultur in ihrer breiten Vielfalt ist ein wichtiger Baustein und Ausdruck der demokratischen Gesellschaft. Diese Vielfalt gilt es umfangreich zu präsentieren und zu dokumentieren. Das betrifft alle Disziplinen wie Musik, Literatur, Theater, bildende Künste und andere. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den aktiven Förderaspekt gelegt, beispielsweise durch eigene Produktionen sowie die Unterstützung von regionalen Künstlern. Der neue öffentlich-rechtliche Rundfunk setzt mit eigenen Klangkörpern wie Orchestern, Big Bands und Chören Akzente im kulturellen Leben und engagiert sich im Bereich der Radiokunst Hörspiel. Die Archive des neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind frei zugänglich. Sie sind wesentliche Wissens- und Identitätsspeicher unserer Gesellschaft und somit von großer kultureller und historischer Bedeutung mit immenser Strahlkraft. Aus den Archiven, die er kontinuierlich in breiten Umfange erweitern sollte, kann der neue öffentlich-rechtliche Rundfunk anhaltend schöpfend und sich die Gesellschaft damit der Relevanz von Kultur und Bildung versichern. Die Inhalte der Archive und Mediatheken des öffentlich-rechtlichen Rundfunkes sind dauerhaft abrufbar. Die bereits gesendeten Beiträge und Produktionen stehen zeitlich unbegrenzt zur Verfügung. So kann jederzeit auf das kollektive Gedächtnis der Gesellschaft zurückgegriffen werden. Dies ist für die öffentliche Meinungsbildung unverzichtbar. Der neue öffentlich-rechtliche Rundfunk verfügt über eine von Rundfunkbeiträgen finanzierte, nicht-kommerzielle Internetplattform für Kommunikation und Austausch. Diese verwendet offene Algorithmen und handelt nicht mit Nutzerdaten. Er setzt in diesem Raum ein Gegengewicht zu den kommerziellen Anbietern, weil ein zensurfreier, gewaltfreier Austausch zu den Kernaufgaben des neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunkes gehört. Qualitätsjournalismus braucht eine solide Basis. Im neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten überwiegend festangestellte Journalisten, damit sie weitestgehend frei von ökonomischen und strukturellen Zwängen sind. Dadurch sind sie unabhängig und ausschließlich dem Pressekodex verpflichtet. Für Recherche steht ausreichend Zeit zur Verfügung. Die individuelle Verantwortung des Redakteurs bzw. Reporters muss gewährleistet sein und nicht zentralistisch von einem Newsroom oder Newsdeck übernommen werden. Journalistische Autonomie ist ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung journalistischer Qualität und Meinungsvielfalt. Deshalb wird die Weisungsungebundenheit redaktioneller Tätigkeit im Hinblick auf Themenauswahl, Themengestaltung und Mitteleinsatz nicht nur in Redaktionsstatuten, sondern auch in Landespressegesetzen und Rundfunkstaatsverträgen festgeschrieben. Outsourcing ist kontraproduktiv. Es verhindert öffentliche Kontrolle und fördert Lohndumping. Die Produktion von Programminhalten, die Bereitstellung von Produktionstechnik und Personal sowie die Bearbeitung von Publikumsrückmeldungen erfolgen deshalb durch die Sender. Der neue, wie übrigens auch der jetzige öffentlich-rechtliche Rundfunk, steht nicht in Konkurrenz zu den privaten Medien. Daher wird die vorrangige Bewertung nach Einschaltquoten beziehungsweise Zugriffszahlen abgeschafft. Die Stabilität unserer Demokratie erfordert einen transparent geführten neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk als offenen Debattenraum. Zu dessen Eckpfeilern gehört die Unabhängigkeit der Berichterstattung, die Abbildung von Meinungsvielfalt sowie die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Erstunterzeichner des Manifestes. Im Podcast werden nur die Namen genannt. Titel und Berufe finden Sie im Schrifttext. Christoph Abbey, Michael Andrick, Gerd Antes, Patrick Barb, Isabel Barth, Bastian Baruka, Kerstin Behnke, Frederik Belli, Volker Birk, Georg Plank, Tom Bohn, Julia Braun, Volker Bräutigam, Filin Konrad, Michael Denhoff, Dorian Dragoi, Sabine Erbler, Franz Esser, Petra Fischer, Silvia Fischer, Jens Fischer-Rodrian, Lisa Fitz, Jürgen Fliege, Anja Franke, Romanus Fuhrmann, Ulrike Gero, Gabriele Gysi, Andreas Hallbach, Reinhard Hammerschmidt, Anni Hartmann, Silke Hasselmann, Andrea Haubold, Carlo Himmel, Beate Himmelsstoß, Bianca Höltje, Henry Hübchen, Claudia Jakobshagen, Luc Jochimsen, Käthe Jovanovic, Christoph Kannegieser, Corinna Kirchhoff, Carlo Kitzlinger, Friedhelm Klinkhammer, Astrid Kors, Dieter Korbelei, Axel Bernd Kunze, Norbert Lamm, Barbara Leitner, Ulrich Lipka, Torolf Lipp, Johannes Ludwig, Christoph Lüttke, Doreen Luther, Henrike Madest, Almut Massoud und Uli Massoud, Jörg Matzik, Michael Mayen, Bettina Minutillo, Klaus Morawetz, René Morlock, Ann-Kathrin Mücke, Jürgen Müller, Maren Müller, Alessandro Nagnopacino, Cornelia Nenz, Franz Neumeyer, Jana Paraschiva, Harling Petersen, Richard Petersen, Christoph Poppen, Christine Prajon, Manuel Rabe, Michi Reinecke, Martina Reitmann, Alexa Rodrian, Martin Ruthenberg, Michael Seiler, Ant Schimkat, Bettina Schmidt, Eva Schmidt, Katrin Schmidt, Michael Schmidt, Andrea Schömmel, Christian Schubert, Christina Schütz, Harald Schwetzer, Thomas A. Seidel, Oles Gambrax, Markus Stockhausen, Tim Strecker, Beate Strelitz, Alina Theodorescu, Walter von Rossum, Harald von Hergetz, Harald Wallach, Raphael Walter, Andrea Walz, Peter Welchering, Hans Eckert Wenzel und Tina Zimmermann, so wie 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunkes, deren Unterschriften bei Rechtsanwalt Dr. Harald von Hergetz hinterlegt sind. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.